Es ist der 25. März, mein Name ist Grisha und das ist der Nachschlag, die nachhaltigsten Schlagzeilen der Woche. Gestern war es dann soweit. Nach wochenlangem Ringen hat die Ampelkoalition in Reaktion auf gestiegene Verbraucherpreise ein umfassendes Entlastungspaket für BürgerInnen bekannt gegeben. Die Maßnahmen umfassen eine Senkung der Energiesteuer auf Diesel und Benzin, sowie eine Einmalzahlung für Familien mit Kindern pro Kind soll es 100 Euro geben. Außerdem erhalten EmpfängerInnen von Sozialdienstleistungen einmalig 100 Euro, ein Monatsticket für den ÖPNV für 9 Euro und eine Energiepauschale von 300 Euro für alle Erwerbstätigen. Kleines Manko, wann die Auszahlung über die Lohnsteuer überwiesen wird, ist bislang unklar. Und surprise, surprise, die Energiepauschale wird natürlich versteuert, weil Deutschland. Kritik gibt es auch von Sozial- und Umweltverbänden, die effektivere Maßnahmen fordern, wie zum Beispiel autofreie Sonntage oder Tempolimits. Auch die fehlende Unterstützung für Studierende und MinijobberInnen durch das Maßnahmenpaket wurde angeprangert. Rüber zu den Nachbarn. In der Schweiz haben PolitikerInnen der Schweizerischen Volkspartei die Einführung einer Fahrradsteuer gefordert. Geplant ist, eine Vignette analog zur Autobahnvignette für einen Preis von 20 Franken pro Jahr einzuführen. Das sind ungefähr 19,60 Euro. In der vorgebrachten Gesetzesinitiative heißt es, dass FahrradfahrerInnen in Zukunft für die Kosten des Ausbaus für Fahrradinfrastruktur am besten selbst aufkommen sollten, statt wie bisher allein AutofahrerInnen. Die Sozialdemokratische Partei wies den Vorschlag als Unfug zurück. FahrradfahrerInnen zahlten, wie alle andere Menschen auch, Steuern. Ein Ausbau wäre außerdem im Interesse aller VerkehrsteilnehmerInnen, weil er den Verkehr für alle sicherer und flüssiger mache. Auch für LKW und Kfz. Am Samstag findet die diesjährige Earth Hour statt. Sie gilt als die weltweit größte koordinierte Aktion für Klima-, Umwelt- und Artenschutz. Menschen, Gemeinden und Unternehmen aus über 180 Ländern gaben im Vorfeld ihre Teilnahme bekannt. Bei der Veranstaltung schalten Teilnehmende um 20.30 Uhr Ortszeit ihre Lichter aus. Das Motto der 15. Ausgabe lautet Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten. Auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich auf die diesjährige Veranstaltung aus. Im Vorfeld gab Veranstalter WWF bekannt, dass die Abhängigkeit von fossilen Energien mehr denn je verdeutliche, wie deutsches Geld autoritäre Staaten und ihre Völkerrechtsverstöße mitfinanziere, anstatt es in den Ausbau erneuerbarer Energien zu investieren. Das war es mit dem Nachschlag für diese Woche. Euch allen ein schönes Wochenende. PS, heute ist der 10. globale Klimastreik.